So Leute, wir alle lesen oder sehen jeden Tag Nachrichten. Selbst wenn wir uns jetzt nicht die Mühe machen, einen Nachrichtensender im Fernsehen anzuschauen oder irgendeinen Artikel zu lesen, dann sind Nachrichten in den sozialen Medien und überall sonst im Internet so präsent, dass es eigentlich praktisch unmöglich ist, das Ganze zu vermeiden. Nachrichten sind einfach ein fester Bestandteil des täglichen Lebens geworden und sie können uns auf mehrere Arten beeinflussen, als man erwarten würde, wie zum Beispiel, wie wir bestimmte Menschen, Länder, Ideen oder noch andere Sachen betrachten. Natürlich verlassen wir uns auch auf die Nachrichten, um über alles auf dem Laufenden zu bleiben, zum Beispiel über Geschehnisse in den Regionen, in denen wir leben und auch über Geschehnisse auf globalem Maßstab. Doch wie viele von euch jetzt sicher bereits wissen, gibt es mehrere große Probleme mit den aktuellen Nachrichtenquellen, vor allem der Mainstream-Medien. Erstens hat so ziemlich jede große Nachrichtenquelle eine Form der Voreingenommenheit in die eine oder auch in die andere Richtung, sei es jetzt politisch, religiös, ideologisch oder auch auf irgendeine andere Art und Weise. Ein weiteres Problem ist, dadurch, dass die Menschen sich jetzt immer mehr dieser Voreingenommenheit bewusst werden und wie extrem das werden kann, verlieren viele Menschen das Vertrauen in die Nachrichten, die von heutigen Medien verbreitet werden und sind sich aber nicht mehr sicher, was wahr ist und was nicht. Alleine jetzt im letzten Jahr ist das Thema noch viel heißer diskutiert worden, vor allem da jetzt Nachrichtenquellen auf der ganzen Welt widersprüchliche Berichte über Geschehnisse in der Welt geliefert haben, insbesondere in Bezug auf Themen wie Politik und auch auf die Pandemie. Aus diesem Grund werde ich euch heute ein Projekt vorstellen, in das ich auch selber investiert bin und zwar heißt das Projekt Anonymous. Das Projekt wurde geschaffen, um die Lücke zu schließen, die die derzeitigen Medienquellen hinterlassen haben und den Nutzern unvoreingenommene, faktengeprüfte Nachrichten zu liefern und gleichzeitig noch die Leute zu belohnen, die den Faktencheck machen, die Nachrichten auf der Plattform veröffentlichen und sogar die Leser. Bevor ich jetzt allerdings auf die Details von Anonymous eingehe, würde ich sagen, ihr abonniert mal ganz schnell den Kanal, aktiviert auch die Glocke, damit ihr keine wichtigen Videos mehr verpasst und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich bin in diesen Projekt investiert und das Video ist auch eine Kollaboration mit Anonymous. Okay, und um jetzt mal mit einem kleinen Überblick zu beginnen, Anonymous ist ein dezentrales Nachrichtenprotokoll, das für die Welt gemacht wurde. Es wurde entwickelt, um die Nachrichtenberichterstattung fairer, unvoreingenommener und ausgewogener zu gestalten und die Menschen mit Informationen zu versorgen, die sie brauchen, um über aktuelle Ereignisse informiert zu sein. Anonymous nutzt die Blockchain-Technologie und seinen eigenen Token, um eine Plattform zu schaffen, auf der jetzt Nachrichten nicht nur zuverlässig, sondern auch unzensierbar sind, da sie auf dem dezentralen interplanetarischen Dateisystem gespeichert sind und jeder Inhalt wird als NFT gemintet. Das Ding ist, da das Anonymous-Protokoll dezentralisiert ist und von der Community verwaltet wird, kann es auch nicht beeinflusst werden, um bestimmte Ideen oder Ideologien zu fördern und kann vor allem auch nicht von Politikern, Konzernen oder anderen Einrichtungen beeinflusst werden. Das Herzstück des Anonymous-Protokolls ist der Anum-Token, der jetzt gestern erst sein IDO-Start hatte und zwar auf starter.xyz, Synapse Network und auf Scaleswap. Der Token hat jetzt ein Gesamtangebot von 4 Milliarden und ist in verschiedene Kategorien aufgeteilt, wie jetzt hier in dieser Tabelle dargestellt. 20% des Angebots wurden als Liquidität für den Handel hinzugefügt. Weitere 20% sind für Anreize reserviert, um die Akzeptanz der Plattform zu fördern. 7% werden für die Entwicklung verwendet und insgesamt gingen jetzt 26% an die privaten und auch an die öffentlichen Runden. Wie wir jetzt außerdem noch sehen können, wurden insgesamt ganze 1,84 Millionen Dollar in der privaten Runde und weitere 360.000 Dollar während der öffentlichen Runde eingenommen. Ein weiterer wichtiger Punkt bei der ganzen Sache ist, dass der Unterschied zwischen dem Tokenpreis für die beiden Runden gerade einmal 50% betrug und eben nicht das Vielfache, das man ganz oft bei anderen IDOs sieht. Die Verwendungsmöglichkeiten der Token werden jetzt in diesem Medium-Artikel beschrieben. 1. Müssen jetzt Autoren, die Inhalte auf Anomis veröffentlichen wollen, erst einmal Token staken, um Inhalte veröffentlichen zu dürfen. Der erforderliche Betrag hängt von der Reputation des Autors ab, die sich jetzt vor allem danach richtet, ob sie wahre oder Falschinformationen veröffentlichen. Autoren, die jetzt nachweislich wahre Informationen veröffentlicht haben, die müssen eine geringere Menge staken, während Autoren, die einen schlechten Ruf haben, die müssen eine höhere Menge staken. Ein weiterer Anreiz, wahre Informationen zu veröffentlichen, besteht darin, dass Autoren für das Einreichen von Inhalten mit Token belohnt werden, wenn sie Inhalte einreichen, die von Faktenprüfern auf der Community als wahr bestätigt wurden. Autoren können auch Token durch Werbung in ihren Inhalten oder durch Abonnements für ihre bezahlte Inhalte verdienen. Der nächste Anwendungsfall ist der von Faktencheckern und der von Prüfern. Nutzer müssen jetzt ihre Token staken, um ein Prüfer zu werden und das ist ein Anreiz für die Personen, die die Inhalte überprüfen, um ehrlich und genau zu sein, damit sie ihre gestakten Token nicht verlieren. Die Prüfer können jetzt auch Token staken, um einen bestimmten Inhalt zu markieren. Sobald ein Teil des Inhalts markiert ist, dann tritt er in einen Prozess ein, in dem er authentifiziert werden muss und es beginnt auch ein Community-Disput, der dazu führen kann, dass der Inhalt bearbeitet oder sogar ganz entfernt wird, je nachdem, ob nur ein Teil oder halt der gesamte Inhalt unrichtig gewesen ist. Die Prüfer werden jetzt natürlich für die effektive Prüfung von Inhalten belohnt und ihr Ruf hängt jetzt vor allem davon ab, wie genau ihre Überprüfung der Fakten gewesen ist. Wenn ein Nutzer jetzt einen Inhalt liest, dann kann er seine eigenen Token entweder in einen Wahr- oder halt in einen Falsch-Pulch staken, je nachdem natürlich, ob er die Informationen in dem Inhalt für wahr oder für falsch hält. Diejenigen, die jetzt ihre Token in den Gewinner-Pulch staken, die erhalten wiederum Token als Belohnung. Die Leser können jetzt auch Token dazu verwenden, um an Autoren zu spenden, die ihnen gefallen oder sie zu abonnieren und um Zugang zu kostenpflichtigen Inhalten zu erhalten. Zu guter Letzt wird der Animus-Token auch noch für die Governance des Protokolls verwendet. Vorschläge zur Entwicklung des Protokolls können aktiviert werden, sobald eine bestimmte Anzahl von Token in einen Pool gestaked wurden, der den Vorschlag unterstützt. Die Nutzer können durch den Besitz von Token Stimmrecht erlangen und es kann eine weiche Initiative gestartet werden, die Token nutzt, um das Engagement zu erhöhen und Marketing zu betreiben. Wie ihr sehen könnt, das ist ein Token, der tatsächlich für das Funktionieren des Protokolls benötigt wird und nicht einfach irgendein weiterer Token, der eingeführt würde und Governance-Token genannt wird, damit das Team Geld sammeln kann. Wo wir schon mal beim Team sind. Das Team besteht aus sehr erfahrenen Krypto-Experten und hat bereits Unterstützung von einigen bekannten Namen im Blockchain-Bereich, wie hier zum Beispiel Maven Capital, Pools Ventures und all den anderen hier genannten. Informationen zu den Team-Mitgliedern gibt es jetzt hier auf der Webseite. Der CEO Justin hat über 10 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit IT-Unternehmen und mit Startups. Außerdem haben wir noch Tom, der ein großes Interesse an Blockchain-Anwendungen, Fintech-Innovationen hat und erfolgreich mehrere Krypto-Unternehmen entwickelt und beraten hat. Der CMO Gugitis ist nicht nur ein Marketing-Experte mit mehr als 5 Jahren Erfahrung, sondern er ist auch noch besessen von DeFi, von Flashloans, MEV und anderen komplexen technischen Aspekten der Kryptowährung. Der Tech-Lead Glarious hat 5 Jahre Erfahrung in der Blockchain-Entwicklung und Service-Erfahrung, was natürlich absolut beeindruckend ist, wenn man bedenkt, wie klein der Blockchain-Raum vor 5 Jahren gewesen ist. Es gibt auch zwei Berater, die das Team leiten und Animas zum Erfolg verhelfen und die beiden sind hier abgebildet. Wenn wir mal einen Blick auf die Roadmap werfen, dann sehen wir, dass die Alpha-Version der Animas-Plattform im Dezember dieses Jahres erwartet wird. Also im Grunde genommen ist sie schon fast da. Ebenfalls noch vor Ende des Jahres gibt es den Governors-NFT-Verkauf und die Permar-Web-Integration. Im ersten Quartal 2022 wird die Beta-Version der Plattform live gehen, das Benutzer-Angreiz-Programm, der Governors-Rat und die vollständige Dezentralisierung. Im Quartal 2 und Quartal 3 des nächsten Jahres werden die endgültige Veröffentlichung der Plattform, das ARP-Programm, die DAR-Struktur, der Start der Animas-Stiftung und der Beginn von Phase 2 des Projekts beginnen. Falls ihr mehr über anderes erfahren, die Webseite besuchen wollt oder einfach über Ankündigungen auf dem Laufen bleiben möchtet, dann gibt es wie immer alle Links in der Videobeschreibung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann freue ich mich über ein Like, über einen Kommentar und wenn ihr das Video mit euren Freunden teilt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns im nächsten Video.